den ganzen noch hin oder wieder weg dann können wir uns spülen UAAH! das ist schnell! das ist schnell! leck mich am Arsch! aufnahme läuft können sie das bestätigen? ja Morgen Jungs! und Mädels! willkommen zur Version 1.0 SCP Containment Breach nach gefühlt 20 jahren wird dieser sound dieser wo man das hauen erst mal neu oder ja du kommst zumindest so vor ein bisschen alles neu alles neu oder weiß schon vielleicht kommt es einfach nur neu vorbei ist jetzt mal die epic bridge mod gespielt haben oder ist der placebo effekt ja aber das schaut gleich aus ja mal sagen hier ein neues spiel so eure wetten haben jetzt jetzt direkt zu beginn eine version jetzt war ziemlich viele bugs gefixt sein da ist einiges an verbissen intro und wir legen einfach mal los ja ich kann ja kurz mal den change lockt vorlesen ja also vier neue sps viele neue räume neue mtf models und wer erwachen halt noch bessere kai von mtf die wachen die sind direkt zu beginn sogar stimmt ist immer gleich man kann jetzt nicht mehr durch den tunnel ohne dass sp 0 49 einverfolgt also der zombie tunnen und er kann etwas benutzen was unkenntlich gemacht steht da ja auch auf facebook stand dass ein alter bekannter okuma als neu dass ein alter bekannter jetzt fahrstuhl fahren kann mit aufwachsäne schauen wir haben sie ja richtig was wir dabei gedacht aber die frame wird das nicht so überraschend muss ich an der stelle ehrlich mal sagen so pick up the paper on the desk ja ok das sieht noch ziemlich alt aus eigentlich ja gut der hat so ein bisschen andere richtung andere stimme von abgespaced schauen wir jetzt aus die sollen jetzt auch nicht mehr hängen bleiben hier an der anfangs sequenz ich kann ja vielleicht verraten der letztes mal haben wir was rausgeschnitten ich wusste wo laufen jetzt hin ich dachte da geht es lang der schießt ich glaube die laufen für komisch irgendwie genau was ich sagen wollte letztes mal rausgeschnitten wo der bei mir hängen geblieben ist der typ da hat er verkackt was sagen die keine ahnung die machen small talk das ist auch neu schau mal ja wir laufen da voll scheiße aber läuft da jetzt an diesem anfangsding vorbei oder schau mal wo die dann sterben ist ja auch ein bisschen anders aus wie krank geht das ausschalten jetzt müssen wir echt wieder die kantenbildung einschalten das hört im kratzer auch das sieht voll retro aus ja das fand ich cooler wie das in der alten version gesagt hast you'll probably be fine wie schaut die aus genau so geh mal rein schau den an ist der neuer shot ne nicht so ganz shot gleich aus ja geht ja auch hier nicht um den chainstopp das vergendert wurde so Achtung da muss ich dir weg die Tür ist jetzt dahinten ja wir speichern heute damit wir aber nicht so oft nur ein bisschen also den bach hat er nicht gefixt was 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 wo was ist das jetzt hier schon mal anfangs rum gut ist wo wir gelaufen sind ja hallo weißt du das die sache war das war das nicht es ist wie 106 ja eine ahnung immer weiter bitte ich mich doch im arsch er ist ja offen ich kann ich kann nicht mal zu machen hätte ich doch da unten drin es ist ja wegen was ist da sicher bin ich nicht erschütter auf jeden fall es ist ein neues ist vielleicht immer bitte darunter großer schwarzer fleck am boden war krass als ob ich schütte gehört hätte jetzt mal bitte ok ist nix da prinzeln mal ein bisschen ok was ist das jetzt die stimmung ist ja angespannt ja es ist ja alles ich weiß nicht ob das bei euch auch so rüber kommt es ist irgendwie voll neu der anfang jetzt oben lang oder kann geht es oben hier oben ging es auch lang ich weiß auch schon mal ja ich weiß noch die tür aufgeht ja ok dann müssen wir mal gucken ob es oben lang geht aber das hier massive probleme besteigen ich habe gesteigen gesagt ja gut dann haben wir das war einfach das auf jeden fall noch mal erinnern oder hier vier fünf wege zu erkunden haben dann ist es ja hier schon mal ja ich würde vielleicht nächstes mal noch mal testen dann können wir eigentlich sagen dass es sicher ist dass sie zu sind die türen ja gut das ist alt da fährt einer hochmann ja das ist doch das ist alt oder der stippelt und jetzt kommt der hoch und als der aufzug verschmiert außerdem da irgendein neues event reingemacht ja ich wäre mir da jetzt nicht so sicher ich habe jetzt in den changelog nicht komplett gelesen aber den sind wir hier wenn man auch mal nicht ja ok dann kann man jetzt mit dem fahren vielleicht ok ok ja lecker weiter gehts speichern mal wieder jetzt echt ist ja noch nichts passiert da ist man der ist da drin der weg geht raus du bist gleich der war da drin macht zu kommt macht zu bitte war der da links da ist es unten scharf geworden unten scharf geht er weg geht er weg neuer apparater nicht dass er hier hilft das ist da auch tauchen kann wieso das bett für diese einmal ist was passiert weiß ich nicht so gekleckert irgendwie das kann sein weißt du noch wo du lang los die andere türe ein hinter sich über den schimmer ich bin ich zu heilig das ist jetzt dieser raum das ist das was uns am anfang kam alter verwalter aber wir haben keinen kick hat nein soll das Das war alles schon eine gefunden, oder? Ne, da hab ich noch keine. Ich hab eigentlich noch nichts gefunden. Da, ah, okay. Aha. Das Orientation, Defit. Das ist ja auch alt. Ja, ja. Relatively uninteressant. Da ist er drin. Gut. Das ist die Gasmaske ab. Manche, der bleibt da. Oh, 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 oh. Es hängt. Es hängt doch immer. Immer top. Version 1.0. Meinst du, da passiert noch was? Change lockt, die Gasmaske. Ja. Okay. Okay, irgendwas? Das ist meine Gasmaske. Ja, ja. Das ist der Gasmaske. Fixed the double equip sound when equipping a gasmask rest or hazmat suit. Ne, aus dem doppelten Sound. Ich hätte jetzt den Kauf nehmen können. Oh, warte. Ah, es hat nur ein bisschen gedauert. Okay. Der zweite Ton kommt auf, bloß man muss stumm geschollt werden. Speicher, Speicher voll. Ja, durch die Wand halt. Durch den Natronatran. Speichern. So. Der Stand in der Ecke stehen zu bleiben. Ach, du Kacke. Gut, geschafft. Nichts passiert. So. Und das Spiel ist auch nicht abgestürzt. So, da kommen wir nicht rein. Da haben wir, glaube ich, eine Level 3, ne? Ja, 3 und 4, glaube ich, waren das. Hä, was ist das denn jetzt? Das sind diese C-Räume, aber da hat jetzt hier einen Fahrstuhl. Warte mal, schau mal, steht was drüber? Nein. Oh, bitte nicht. Oh, oh. Ich fahr mal runter. Doctors Tunnel. Hä? Was? Gate B. Gate B, oder? Heck. What is going... Oh, fuck. Das ist auf jeden Fall neu. Kannst du da durch? Oder auf der Ausdruck? Oh, Gott, ist da der SCP? Oh, bitte nicht, Mann. Oh, bitte nicht, Mann. Guckst du dich auch um? Da läuft was. Ich mach was. Da rät doch einer. Wird er vielleicht gefressen? Was war das? All four escaped SCP. Four? Specimens have been captured and recontained. Was? Two of them made... Was sind Specimens? Specimens. Specimens? Ja, die haben alle vier... Gibt es vier von dem Viech oder was? Ja, aber zwei sind entkommen oder so. Weil das eine ist in den Gang gegangen und das andere war unmittelbar danach dann auf einmal bei mir. Ja, zwei Wochen. Ah, das hat weh getan im Hals. Bestimmt zwei. Ja, mach mal weiter. Ah. Okay. Es sind 1.0, erster Schock war das. Okay. Load Game. Also es war als SCP-3... äh, 939. Soll ich da nochmal reingehen? Ja, komm. Ah, wir haben ja gespeichert. Ja. Ich stehe noch in der Ecke, ja. Ich hab die Gassen. Es geht auf. SCP-939. Oh mein Gott. Ja, merken. SCP-939. Egal so ein rotes Monster. Nein. Äh. Bevor du das nächste Mal runterfährst, kannst du gleich vorm Aufzug speichern. Dann müssen wir nicht immer hinlaufen. Da ist er wieder. Wenn das auf Zug fahren kann, wäre echt mies. Aber ich glaub, so wie es ausfährt... Nee, das sah ziemlich hier. Und vierbeinig... Animalisch aus. Das ist speichern, ne? Ja. Gut. Oh Gott. So, jetzt check das Teil mal bitte aus. Ich versuch's. Geh mal links rum diesmal. Also... Ganz da links rein, meinst du? Ach, da geht's rein? Junge. Meinst du, da kann man runter? Ich würd's jetzt nicht drauf anlegen. Na ja, dann gehst du mal links weiter. Oh, da ist was. Da ist was. Da ist was. Das ist der Fuß von dem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Rennt es? Ne, es rennt ich, oder? Schau's mal an. Nein. Ich glaub, es hat mich nicht gesehen. Aber das steht da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach's Geräusche. Mach's Geräusche. Was, was, was? Kann der sprechen, oder sind da noch Menschen? Nein. Da, ich glaub, da ist einer. Ja, da stand irgendwas von nem Cleaning-Team. Das ist da oben gefangen. Meinst du, da kann, kann nicht herkommen? Der kommt doch doch nicht durch, oder? Hattest du überhaupt Augen? Ich weiß nicht, hier, ich würd's... Ich würd's mal von... Ringen ganz nah hin oder wieder weg. Dann können wir... Oh, das ist schnell, das ist schnell, das ist schnell. Leck mich am Arsch! Die Junge, wie du geschrien hast, ey. Du geh da nicht mehr rein, Alter. Leute, richtig krass. Version 1.0, richtig krass. Geh mal bitte weiter, was da noch gibt. Da ist noch ein neues... Ich würd's da durchgehen müssen, irgendwie. Oder gab's irgendeinen anderen Weg. Oh, das weiß ich nicht. Oh, der ist lauter. Vielleicht sieht man den jetzt auch deutlicher. Im Augenwinkel. Das ist ja das Viech, was im Augenwinkel immer erscheint. Ich bin ein bisschen geschockt. Was heißt eigentlich? Dispatched? Weiß ich nicht. Weil das... Da stand in einem Dokument, da das Cleaning Team wurde dispatched. Glaubst du jetzt noch einen anderen Weg? Oder müssen wir jetzt da durchgehen? Es gab, glaub ich, noch eine Kreuzung. Wo es nochmal durch so einen roten Raum ging. Wo der so um die Ecke steht. Ah, okay. Habe ich mich betäuscht oder war grad irgendwas rotes? Nee, da war nix. Du hast nur nen Trauma. Ich hab sonst noch einen roten... Wo? Wo? Mir kommt sofort so... Hätte ich so einen roten Pixel irgendwie gesinkt. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja komm, leck mich doch. Oh Gott. Ist der da drin? Ja. Nein, ist der... In dem Vorraum schon? Nein, okay. Nee, er war dahinter der Tür. Ja. Oh, wo steht er? Keine Ahnung. Hä? Ist er aber weg? Einfach weggezaubert. Ist er einfach abgehauen, Junge? Junge? Der Boy ist dispatched. Oh, da. Genau, davor war noch ne Kreuzung. Mal gucken, ob es da unten irgendwas gibt. Zwei Tote. Und Eftel, ein SCP. Nee. Ich bin so angespannt. Also da ist ein böses SCP. Am Ende vom Prometheus sagt sie hier, gibt es nichts außer den Tote. Irgendwie sowas. Ist nicht jetzt vorwörtlich, aber... Das würde auch passen. Also pass auf, da steht er bestimmt. Auch nicht! Oder ist es für ein Vorrecht? Nee, oder? Nee, ich glaub nicht. Da ist er mir nichts angegangen. Speicherzeug rückwärts mal wieder. Ja. Okay. Okay. Also da kommen wir her. Jemand sitzt auf ne Tür. Da kam er wahrscheinlich vorher, oder? Nee. Oder der Raum noch nicht. Einen Fan haben wir mal. Okay. Okay. Ah, was ich gelesen hab, hier ne, gibt's neue Soundtracks für die einzelnen Zonen. Also jede Zone hat jetzt scheinbar ihren eigenen Soundtrack. Finde ich nice. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da wird auch hoch. Willst du den mal in diesen doofen Räumen? Ja, vielleicht hat sich da irgendwas geändert in den Räumen. So, ja. Das kann sein. Aber seit dem gewissen Vorfall treu ich mich da nicht mehr so ganz rein. Eben. Nein, nein. Dann schnell, schnell. Ja. Jetzt tut er cool und dann stirbt er wieder übelst. Siehste. Ich wollte, dass dieses Türgeräusch kommt, wenn er so gegen die Tür fährt. Da waren wir aber schon mal. Ja, kann das sein. Hä? Hat er aufgemacht? Hat er aufgemacht? Junge. Hat er aufgemacht. The boy. The peanut boy. Ja. Ich glaub das warst du erstmal für die erste Episode. Oder? Meinst du? Ja, oder? Ich möchte noch ein bisschen was sehen. Ja, wir machen ja weiter. Okay, dann kommen noch ein paar, zwei. Ja. Sobald wie möglich. Das spiel ich dann. Yeah. Jüngst. Was heißt jüngst hier in sehr absehbarer Zeit. Ja. Mit dem morgen oder so. Ja. Also auf jeden Fall in kurzen Abständen kriegt ihr jetzt erstmal so viele Eindrücke der neuen Version wie möglich. Und an dieser Stelle möchten wir nochmal herzlich alle neuen Abonnenten begrüßen. Ja, wir haben ja kürzlich die 400 geknackt. 406 oder 7 sind es jetzt glaube ich schon. 407. Der Hammer. Also als ich heute wieder geguckt habe, vielleicht sind es inzwischen schon 410. Geht auf jeden Fall steil zur Zeit. Das muss man echt sagen. Ja. Abonniert. Abonniert aber weiterhin. Es kommen wieder V1.0 Videos hier. Ja. Vielleicht auch bei V1.01 oder was? Ja, es kommt auf jeden Fall noch eine 1.1 und jetzt 1.2 wie im Forum gewesen. Was ist eigentlich jetzt aus diesem Film geworden? Stimmt, der sollte doch zeitgleich rauskommen. Den müssen wir uns auch mal rauschecken. Betrug! Ja, vielleicht ist er rausgekommen. Haben wir es noch nicht gecheckt. Ich habe ihn angesehen. Vielleicht hätten wir auch auf Facebook oder wo teilen müssen. Oder? Ja, legales habe ich auch auf YouTube. Den hätten wir ja sehen müssen. Ja, das ist ein anderer, wo das macht. Ah, ist egal. Sehen wir ja dann. Können wir jetzt noch schauen. Das soll von Legales sein oder von Alex B. Einer von den beiden? Nein, das macht ein anderer. Die SAP-Admins sind das nämlich. Das macht ein anderer Typ. Okay. Keine Ahnung. Ja, dann seid gespannt auf das nächste Video. Ja. Folgt in Kürze. Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Bleibt geschmeidig. Musste jetzt sein. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.